Das ist ja auch schon wieder lang her, bis du stirbst. Ey, das verkehrt sich jedes Mal. Hab da immer geguckt, die Fässer machen ja nicht viel, die passen ja nur auf dich auf. Ich drück einfach immer nur, deswegen. Ist das Problem bei mir. Das ist das Problem. Ja, das gibt's ja wieder, ein Feini-Baini-Donkey-Conkey. Man, und da ist er weg wieder, bin zu früh gesprungen. Ja, der gibt aber leider paar Leben. Ich glaub, du solltest mal ins erste Level gehen. Ach, nö. Ich weiß gar nicht, was für einiger Tod ist. Oder du speichern solltest, bei Ormi. Bei Ormi? Speichern! Ich glaub, ich mach mal so. Ist ja egal, kann ich ja gleich wieder am Ende speichern. Macht ja nicht so viel aus. Kannst du. Wir beide gleich soll ich das Geräusch machen. Ich denk dran, dass gleich die Fische wieder kommen. Lol. Kann ich mal... Dann mach ich das halt so. Ehrlich. Warum spring ich nicht? Warum bist du nicht gesprungen? Weiß ich auch nicht. Ich dachte so. Warte mal. Kommt da irgendwas noch? Ich glaub, so ein frei gedanklich einfach so. Hm, ja. Jetzt schon. Ne? Ja. Ich dachte so, ach der rollt bestimmt vorbei. Ich dachte eben, ich mach gleich wieder Abgang. Weil's geleckt hat bei dir? Ne, der hat's nicht. Weil ich zu früh gesprungen bin. Aha. Deswegen dachte ich das. Ne, die Fässer... Da musst du hin gucken. Aber jetzt hast du das von selber gedacht. Mhm. Jetzt. Jetzt. Beim nächsten Mal bestimmt nicht mehr. Ja. Ich hoffe mal, dass ich kein nächstes Mal mehr ab. Doch. Alle guten Dinge sind 10. Mhm. Mhm. Ja, du mich auch. Ja, das ist ja noch das Eifer. Das Schlimmere ist dieses mit den Fässern. Du auf die Fässer springen musst. Das ist ja ruhig. Aha. Oh. Hä? Im Übergarten entdeckt, dass du in den Bienen warst. Ja. Freut mich nicht. Oh, du kannst jetzt sogar leben, wenn du es überlebst. Und einige. Drei Stück. Drei Stück. Mhm. Mir fehlt eh das Schlimmere. Das O. Das O. Oh, ich kann boxe. Nein. Dafür sonst ne. Sonst verrick ich wieder irgendwie. Durch irgendeinen dummen Zufall. Ja. Kennt man ja schon bei mir. Das Ende ist ja da gewesen. Oh. Amino. Ich verkack das Level sowieso. Amino. Du hast nen Knall. Das weiß doch jeder, das Arsch gesehen nicht. Bauch ja Mensch. Na schmeckt's? Ja. Eistee. Für sich körner Tee. Schmeckt immer noch am besten. Ja. Nichts geht über Eistee. Hm? Nichts geht über körner Eistee. Vom Aldi. Ja. Kinder merkt euch das. das ding ist überzuckert aber es schmeckt geil und kalt bei diesen können thema klar oder die fertigen flaschen nein die fertig war schon wieder nicht für sich geht da zitronen schmeckt überhaupt nicht da schmeckt er beim könnertee noch gerade so das problem jetzt schaff das ich schaff das level auch ich mach den hier immer viel zu süß bei mir einfach nur zu viel körper rein meinst du das ja hallo mische es drei liter auf das ding rauf fertig wenn es richtig wenn er wach werden willst dann machst du zwei liter auf den packung ich mache mir die hälfte und eine 1,5 liter flasche ja siehst du das ist dann normaler standard mache ich auch drei liter auf die ganze packung das ist ja okay oder manchmal mache ich sogar ein bisschen mehr und dann kriege ich voll den zuckerstock davon wenn ich das viel zu schnell trinke vor allem dann noch richtig schön warm warm und süß schmeckt richtig gut finde ich heißt auch eistee nicht warmtee wachseln wachseln kann ich weiß was oder dem hast du dir unter dem peel gott ja oben warst du drauf ne ja oben war ich drauf hat schnappi 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 das dumme krokodil was glaube ich deswegen habe ich gesagt auch nö ja komm freu dich doch schon auf das eisleveel wo du die berglandschaft hast meine lieblingslevel du hast es jetzt einfach nur hoch springen müssen weiß ich nicht ja tschüss vielleicht gleich ein kennwort draufpacken ist ein kotwort ich will nicht ich will nicht dann ist vielleicht ich bin verscheuert er fertig wo der kommt warte mal du sie getroffen ich will nicht ich will nicht was ja pass auf siehst du schon das wird nachher noch schlimmer wie sowas ja gemein geisterfässer vor allem du kannst abziehen das ist das längste level was wirklich das bräuchte das längste kann ich zehnmal das erste level spielen ok dann krank ja du brauchst den dingen in dem level brauchst du immer den dingen das vorwärts ist so undauern weil ich die kleinen darf wohl sterben nicht wahrer hier war glaube ich nur das deswegen aha wie ich das auch nicht vorwärts ist der wo ist es wenn du Finger in den Po... und vielleicht schreit Mexiko. Weil du mit dem halt die kaputt machen kannst. Aber dafür ist sie wiederum nützlich. Rechts... links... Doch. Gibt's nicht noch was? Das tut mir ja. Es tut mir aber gar nicht leid, dass hier das gerade passiert. Ich wollte dazwischen springen. Boah, das ist das nervigste Level. Danach kommt noch ein Wasserlevel und dann ist irgendwann Gott sei Dank Feierabend. Feierabend! Na ja... Die gegen mich schmissen zu werden und woanders zu landen. Hey. Auf irgendwelchen anderen Bananen. Hä? Die landen gerne auf andere Bananen. Mhm, ist klar. Ja, das hast du jetzt gedacht, das andere. Ja, das hast du gesagt. Und gedacht. Ich hab das nur gesagt. Benner. Tee! Fass mit Tee an Tee! Mhm. Oh, ich weiß. Ich könnte so richtig so ein schlechte Witzebuch machen. Ja. Ja. Meintest du. Du kannst dir ja die Hand reichen mit Saratza. Ne, ich glaub ich bin da ja der König drin. Ich glaub meine schlechten Witze, die übertrumpfen alles. Ah! Zack! Oh! Okay, da war ein TNT-Fass. TNT-Fass war einfach zu schnell. Ja, und das Opa auch da. Oh, da war ein TNT-Fass. Oh! Oho! Der Flash ist behindert. Nein. Doch! Guck mal, das Level ist doch ganz schön. Ich merke das. Mhm. Das macht auf und zu bumm. Macht auf und zu bumm. Und du bist behindert. Ganz gemütlich noch in diesem Level auf. Ich hasse das Level auf. Stopp! Sagt er nicht.